Rocker, Freiheit, Kameradschaft und Männerschweiß. Wenige wie diese hier nennen sich Outlaws, Gesetzlose. Wir wollen wissen, wie gefährlich sind Bandidos oder Hells Angels. Die Linden sind nicht auf mich, sonst hau ich dir das Ding in den Raben. Nee, komm hier weiter rein, hau ich dir das Ding in den Raben. Alles klar? Kameras sind unerwünscht. Aggressive Hells Angels wollen nicht, dass ihre Läden, ihr Einflussbereich gefilmt werden. Sie demonstrieren ihre Macht, auch wenn die Polizei dabei ist. Manchmal ist man halt gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die man sonst unter diesem Druck nicht machen würde. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Gesetze respektieren sie nicht. Wer ihnen begegnet, macht freiwillig Platz. Was wollen sie wirklich? Hannover. Showtime für einen Rocker. Den mächtigsten Hells Angel Deutschlands, Frank Hanebut. Der Boss der Höllenengel aus Hannover muss Frieden schließen, mit den Bandidos. Die haben ihren Vize-Europa-Chef geschickt, Peter Matscholek, aus dem Ruhrgebiet. Die Bosse und ein Anwalt haben geladen und alle Medien sind gekommen. Wir auch. Mit den blutigen Auseinandersetzungen soll nun angeblich Schluss sein. Besiegelt dieser Handschlag wirklich das Ende des Rockerkrieges? Die Gewalt eskalierte. Ein Bandido wird auf seiner Maschine gerammt und schwer verletzt. Tatverdächtig ein Hells Angel. Dann werden die Hells Angels angegriffen. Schüsse auf das Haus ihres Kieler Chefs. Kurz zuvor haben zwei Bandidos auf Hells Angels eingestochen. Beim Abendessen im Schnellrestaurant in Neumünster. Massenschlägerei auf offener Straße. Nur mühsam gelingt es Polizisten, die Feinde zu trennen. Blutige Auseinandersetzungen in aller Öffentlichkeit. Die Bürger sind verunsichert, haben Angst. Regionalversammlung in Neumünster. Sie wollen Informationen von der Stadtverwaltung. Stellen bohrende Fragen an die Polizei. Sie fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wenn man dasselbe erlebt hat, diese Polizeikontrollen mit massivem Polizeiaufgebot. Und auch, wie gesagt, wenn das SEK vor Ort ist, die stehen mit Maschinenpistolen vermummt vor dem Auto. Und man wird kontrolliert. Und man hat Kinder im Auto. Dann ist das unheimlich beängstigend. Das ist natürlich alles ein bisschen ängstlich für uns als Anwohner, wenn wir da in der Kummerverlustrause mit wohnen können. Diese Gruppierung gibt es ja schon seit Jahrzehnten in unserem Land. Und immer wieder tauchen sie da mal wieder auf. Jetzt ist es eben ganz, ganz extrem. Und jetzt, klar, jetzt formuliert sich natürlich die Angst auch ein bisschen anders und deutlich. Dabei können sich Rocker auch friedlich geben, sind mit ihren Harleys eine Attraktion für die gesamte Familie. Sonntagsausflug zum Europatreffen der Hells Angels am Steinhuder Meer. Schöne Maschinen. Die Hells Angels gehören zu den sogenannten Outlaw Motorcycle Gangs, lehnen unsere Regeln ab, haben eigene Gesetze. Und dennoch posieren sie gerne mal für die Kameras als freiheitsliebende Rocker. Sind sie das wirklich? Wir sind mit Detlef Zawatzky verabredet. Leiter einer Sonderkommission Rocker im Landeskriminalamt in Kiel. Und die sind sichergestellt worden bei der Durchsuchung der Autowerkstatt. Ja, genau. Anfang November in Flensburg, ja, und dem Strich, sind das Kriegswaffen. Das sind Maschinenpistolen, automatische Waffen. Und wir ermitteln wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Besonders brisant bei dem Waffenfund war auch, dass wir nicht nur Waffen gefunden haben, sondern auch mehrere hundert Schuss Munition. Und wir haben dabei auch noch Sprengstoff gefunden, richtigen gewerblichen Sprengstoff. Und die scharfen Waffen werden auch benutzt. Wie ein Fall zeigt, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Neumünster verhandelt wurde. Angeklagt, diese junge Frau, die sich unter einer Mütze versteckt. Als Freundin eines Hells Angels soll sie Lockvogel gewesen sein. Soll diesen Bandido in einen Hinterhalt gelockt haben. Dann wurde er angeschossen. Mehr als zehn Schüsse peitschten über einen belebten Parkplatz. Fünf Kugeln trafen sein Bein. So sieht Rache zwischen Rockern aus. Der Outlaw wird noch Jahre brauchen, bis er wieder richtig laufen kann. Bei der Rekonstruktion des Tatablaufs mussten wir sehen, das war den Tätern offensichtlich vollkommen egal, ob da jemand getroffen wird und wer da auch getroffen wird. Ob das ein Rocker ist oder ein zufälliger Passant, der da vorbeikommt. Und da spätestens war von uns der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Also derartige Auseinandersetzung, wo Außenstehende gefährdet werden, das kann man in keiner Weise hinnehmen. Und wir müssen alles tun, wirklich alles tun, um das in Zukunft zu unterbinden. Seit diesem Verbrechen vor einem Jahr fährt die Polizei in Schleswig-Holstein eine Null-Toleranz-Strategie. Die sich bekämpfenden Bandidos, Hells Angels und ihre Unterstützer stehen unter genauer Beobachtung. Kündigt ein Club eine Party an, rücken schwer bewaffnete Hundertschaften an. Rocker, die die Party besuchen wollen, werden nach Waffen abgeklopft und ihre Autos durchsucht. Ungestört können sich die Rocker 240 Kilometer weiter südlich bewegen. In Hannover betreiben die Hells Angels Imagepflege mit ihren Harleys. Sie zeigen ihr Color auf der Kutte, das Club-Abzeichen auf dem Rücken der Lederweste. Sowas wie ihr Familienwappen. Die Botschaft ist klar, wir haben hier das Sagen. Wir treffen einen Freizeit-Rocker, der Erfahrungen mit den Hells Angels gemacht hat. Seitdem hat er Angst vor ihnen und will nicht erkannt werden. Wir waren ein ganz normaler Motorrad-Club, hatten uns einen Club-Namen ausgedacht und Abzeichen auf unsere Jacken genäht. Dann kamen Hells Angels und haben uns das verboten. Einem Freund von mir haben sie sogar aufgelauert und ihm die Kutte weggerissen. Und Prügel angedroht, falls er nochmal damit fährt. Wenn das nicht reicht, dann geht man natürlich auf seinen Gegner zu. Man provoziert ihn. Es kommt zu Schlägereien, zu Körperverletzungen, bis hin zu schwersten Verletzungen. Wo sogenannte Gebietsverstöße festgestellt werden. Ein Rocker, der sich irgendwo in einem anderen Bereich verirrt oder vielleicht auch bewusst dort einen Kaffee trinkt, um seinen Mut zu beweisen, der wird angegriffen. Das Prinzip bekommt ein Hells Angel in Flensburg zu spüren. Er sitzt in seinem Wagen, als mehrere Bandidos ihn mit Äxten attackieren. Die Polizei befragt ihn. Vergeblich. Hells Angels und Bandidos reden nicht mit der Polizei. Nie. Auch nicht als Opfer. Für sie gilt die Umartha, das Schweigegelübde der Mafia. So wollen sie auch ihre Geschäfte schützen. Der Markt im Bereich des Rotlichts, im Bereich der Sicherheitsbranche ist endlich. Und die Hells Angels haben sich in Schleswig-Holstein in den Bereichen bislang recht gut etabliert. Und ich gehe davon aus, dass sie dort auch ihr Auskommen haben. Auf der anderen Seite, die Bandidos sehen, dass hier ein Markt vorhanden ist, wo man Geld verdienen kann. Und versuchen natürlich, sich dort auch zu etablieren und ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Hier im überschaubaren Kieler Rotlichtviertel, direkt an der Förde, scheint der Kuchen verteilt. Einen großen Teil der Szene kontrollieren die Hells Angels. Und sie expandieren. Manche Immobilien in bester Lage mit Blick aufs Wasser haben sie sogar schon gekauft. Kameras sind nicht willkommen. Wir werden misstrauisch beobachtet. Und die Signale sind klar. Mit uns wollen sie nichts zu tun haben. Die Ermittler sind sicher. Bei den Kämpfen zwischen Hells Angels und Bandidos geht's ums Geld. Geld, das hier verdient wird. Hier ist sogar von außen deutlich sichtbar, wer dieses Tattoo-Studio betreibt. Micha 81. Die Zahlen stehen für die Buchstaben im Alphabet. Die 8 für H und die 1 für A. Hells Angels eben. Was sich in Kiel gerade entwickelt, liegt in Hannover zehn Jahre zurück. Das Steintorviertel im Jahr 2000. Ein schmuddeliger Rotlichtkiez. Gewalt zwischen Konkurrenten ist an der Tagesordnung. Aber einer will sich durchsetzen. Frank Hanebutt. Ex-Boxer. Damals 36 Jahre alt. Er begann seine Rotlichtkarriere als Wirtschafter in einem Bordell. Jetzt will der Rocker mehr. Seinen alten Rockerclub, die Bones, fusionierte er mit den Hells Angels. Nun ist der Sohn aus gutem Hause mächtiger als je zuvor. Es geht um die Herrschaft im Steintorviertel. Wer schafft Ruhe? Hanebutt schickt schon damals deutliche Signale an die Konkurrenz. Ich sage, wie ich es gesagt habe, die Karten sind verteilt, hier gibt es nichts mehr und das ist Finisher. Man muss ja jeder akzeptieren und das war es heute. Mit Frauen ist viel Geld zu verdienen, das weiß er. Damals hat er schon 16 Jahre Berufserfahrung und ist von seinem Geschäftsmodell überzeugt. Und er hat Pläne, wie er das Viertel umbauen will. Weg vom reinen Rotlicht, hin zur Amüsiermeile à la Hamburg St. Pauli. Der Mann hat einen Sinn fürs Geschäft. Das ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung für die Stadt und da wollen wir auch ein paar Mark dran verdienen. Hanebutt mischt inzwischen nicht nur in Hannovers Rotlicht mit. Bei Razzien in Norddeutschland werden er und sechs andere Hells Angels festgenommen. Vorwurf, Körperverletzungen, Ausbeutung der Prostituierten. Doch Hanebutt wird letztlich wegen einer anderen Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Anders als seine Hamburger Rockerkollegen behält er sein Vermögen und baut das Steintorviertel weiter aus. Hannover heute. Hier gibt es schon lange keinen Krieg mehr. Der Wandel von der schmuddeligen Rotlichtmeile zum Amüsierviertel hat geklappt. Nach zehn Jahren herrschen hier die Hells Angels. Also alles in Ordnung? Wir treffen Andreas Kühn. Er und seine Kollegen ermitteln gegen die sogenannten Outlaw Motorcycle Gangs. Rockerbanden wie Hells Angels und Bandidos, die unsere Gesetze ablehnen. Wir, das Landeskriminalamt Niedersachsen, die anderen Landeskriminalämter bundesweit, das BK, aber auch Europol, sehen Züge zur organisierten Kriminalität. Diese Outlaw Motorcycle Gangs begehen Straftaten unter dem Aspekt Gewinn- und Machtstreben. Die Ermittler sagen uns, die club-eigene Struktur würde das begünstigen. Das ist ein sehr perfides System. Die eigenen Member sind in der Regel, gerade bei den Hells Angels hier in Hannover, auch in einem Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, man arbeitet in einer der Firmen, man ist als Wirtschaftler in einem Bordell tätig, man arbeitet als Türsteher im Security-Bereich. Ein System von Abhängigkeiten. Viele Hells Angels arbeiten hier ihre Schulden ab. Der Rocker-Club gibt schon mal einen Kredit für die teure Harley. Wir wollen die Läden der Hells Angels in Hannover drehen. Welche Geschäfte betreiben sie hier? Überall treffen wir auf ihre Symbole. Jeder kann sie sehen. Dennoch, Öffentlichkeit mögen die Hells Angels nicht. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Macht das da hinten, ist kein Thema. Guck mal, filmt eure anderen Straßen. Unsere Straßen wollen wir nicht haben. Wo wir unsere Läden haben. Wir bezahlen hier die Steuern, nicht ihr. Filmt den Asphalt, da haben wir nichts gegen. Aber nicht unsere Läden. Wir bezahlen die Miete, nicht ihr, oder? Aber wir dürfen hier drehen. Egal, wer die Miete zahlt. Wenige Sekunden später, der nächste Höhlenrocker. Hör mal, die Linse nicht auf mich, sonst hau ich dir das Ding in den Graben. Ja, ich kann da genau reingucken. Gucke hier weiter rein, hau ich dir das Ding in den Graben. Alles klar? Diese Drohung ist massiv. Wir holen die Polizei. Die Gesetze erlauben uns, von öffentlichem Grund zu drehen. Die Hells Angels nicht. Offensichtlich betrachten sie das gesamte Viertel als ihren Privatbereich, in dem sie die Gesetze machen. Die Polizei Hannover reagiert. Die große Kamera haben wir ausgeschaltet. Mit einer kleinen Handkamera drehen wir unbemerkt weiter. Die Polizisten belehren den Hells Angel, dass wir hier filmen dürfen. Doch der zeigt sich von der Staatsgewalt komplett unbeeindruckt. Im Gegenteil, er wiederholt sogar in ihrer Gegenwart seine Drohungen, unsere Kamera zu zerstören, wenn wir sie einschalten. Und kündigt auch noch Hausbesuche bei uns an. Die beiden Polizisten sind offenbar hilflos. Sie schaffen es nicht, geltendes Recht bei diesem Hells Angel durchzusetzen. Wir reden mit den Polizisten. Verraten, welche Geschäftsadressen der Hells Angels wir noch drehen wollen. Das ist ein Fehler. Denn kaum sind wir wieder zurück im Büro, ruft der Hells Angels Boss Frank Hanebutt an und donnert los. Ein Polizist habe ihn darüber informiert, dass wir seine Firmen drehen wollen. Wenn wir dort auftauchen, würde er es richtig krachen lassen. Unfassbar. Die Polizei hat ihm unsere Pläne verraten. Wer schützt hier wen? Wir fordern eine Erklärung. Und wenn die sagen nicht, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber unerwähnt wird dieser Vorfall auf keinen Fall bleiben. Denn auch dafür hat er für uns in der journalistischen Bewertung einfach eine zu große Tragweite. Das werden Sie verstehen. Zwei Wochen dauert es, bis die Beamten offenbar eine Sprachregelung gefunden haben und uns antworten. Schriftlich. Die Polizei Hannover räumt ein, dass sie Nicht ausschließen kann, dass Herr Hanebutt die betreffende Information tatsächlich von einem Polizeibeamten bekommen hat. Und versichert dann doch noch Dass die Polizei es nicht dulden wird, wenn Türsteher im Steintorviertel Kamerateams behindern. Inoffiziell hören wir, die Weitergabe unserer Drehpläne durch den Polizisten sei eine Riesensauerei. Aber offenbar sind nicht nur Polizisten in Hannover überfordert. Ein Kollege vom WDR hat Ähnliches in Duisburg erlebt und dabei seine Kamera laufen lassen. Ich bin bedroht worden, ganz konkret bedroht worden, zu einem Zeitpunkt, als sich die Rocker vor dem Fett Mexiken versammelt haben. Es waren mehrere Dutzend Leute vor Ort. Die Polizei war auch dort, um das Ganze zu beobachten. Ich habe mich dann bei einem leitenden Polizeibeamten auch angemeldet, habe gesagt, aus einer gewissen Distanz heraus werde ich das Ganze filmen. Dann habe ich mich direkt neben die Polizeibeamten gestellt. Was dann geschah, war wirklich mehr als ungewöhnlich. Zwei Rocker der Bandidos sind auf mich zugekommen, im Beisein der Polizei, und haben sich wirklich unmittelbar vor mir aufgebaut, haben mich bedroht. Wir möchten, dass du gehst. Gehe. Stell dich da hin, mach Bilder von Weitem hier, bleibst du nicht. Hast du mich verstanden? Ich möchte mich von Ihnen nicht bedrohen lassen. Ich bedrohe mich nicht. Dann mach doch die Kamera aus. Geh mit deiner Kamera. Mach die aus. Geh. Ihr schreibt nur Scheiße, ihr schreibt nur Lügen, mach das Ding aus, sonst trete ich sie dir aus den Füßen. Was die Polizei dann gemacht hat, hat mich eigentlich sehr erschreckt. Statt einen Schritt auf mich zuzugehen, sozusagen einen Riegel zwischen mir und den beiden Männern, die mich bedroht haben, zu bilden, sind sie um ihr eigenes Polizeiauto gegangen und sind im Inneren des Wagens verschwunden. Und ich stand alleine da. Lassen Sie mich bitte in den Polizeiwagen rein. Wie lassen Sie mich in den Polizeiwagen rein? Dann stellen wir uns vor den Wagen. Das ist mir egal. Bis heute hat die Polizei Duisburg ihr Verhalten ihm gegenüber nicht erklärt oder entschuldigt. Wir fragen uns, hat die Polizei womöglich Angst vor den Rockern? Ihr massives Auftreten in Kutten, martialisch, wie hier bei einem aktuellen Gerichtsverfahren in Duisburg. Bandidos und Hells Angels haben hochrangige Abordnungen geschickt. Denn hinter einem Mord scheinbar aus Eifersucht steckt vermutlich sehr viel mehr. Es geht um die Macht im Ruhrgebiet. Im Krieg der verfeindeten Rockerbanden soll ein Hells Angel einen Bandido erschossen haben. Wir sind beim Prozess. Wollen mit Anführern von Bandidos und Hells Angels Interviews führen. Die Bandidos wollen auch jetzt nicht mit uns reden. Sie lehnen Interviews mit Journalisten zurzeit ab. Die Hells Angels haben ihren Pressesprecher in Duisburg dabei. Nach monatelangen Anfragen bekommen wir schließlich Interview-Zusagen. Ein paar Tage später sind wir mit Frank Hanebutt in Hannover verabredet. Er erzählt uns seine Version des Duisburger Mordprozesses. Aktuell in Duisburg, da wurde uns nochmal angegriffen, dass es eine Notwehrgeschichte war. Was soll der machen? Der weiß, was ihn erwartet, wenn er sich da nicht gerade macht oder wenn er da nicht wegkommt. Und deswegen, manchmal ist man halt gezwungen, da Maßnahmen zu treffen, die man sonst unter diesem Druck nicht machen würde. Aber kein Mensch kann sich lässig gefallen oder von uns mit Sicherheit lässt sich keiner verprügeln irgendwo auf lau. Und deswegen muss man da manchmal eben auch durchziehen. Rechtsphilosophie der Hells Angels. Anfang der 70er Jahre wird in Hamburg das erste deutsche Charter gegründet. Zehn Jahre später verbietet Hamburg die Hells Angels und ihre Abzeichen. Nach zwei Toten, Schutzgelderpressungen, schwersten Körperverletzungen. Einer, der damals Mitglied im Hamburger Charter war, ist Rudolf Triller, der heutige Pressesprecher der Hells Angels Deutschland. Auch ein Mann mit Knast-Erfahrung. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Man braucht sie nur weltweit umgucken, was da abgeht. Man braucht in die Geschichte gucken und dann ist das keine Frage. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und wenn man lernt, damit umzugehen, auch die Gewalt zu sehen in sämtlichen Spielarten, die es gibt. Es gibt ja auch subtile Gewalt, die genauso verheerend wirken kann wie offene körperliche. Dann ist das die Verpflichtung eines jeden Menschen, damit umgehen zu können. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Ein interessantes Gewaltbekenntnis. Bedrohungen, Schlägereien, Messerattacken, Mordversuche. Allein in Norddeutschland hat die Polizei acht Taten in einem Dreivierteljahr registriert. Und das sind nur die Fälle, von denen die Ermittler etwas mitbekommen haben. Wahrscheinlich ist die Zahl viel höher. Rocker rufen nicht die Polizei. Streit wird untereinander geklärt. Wenn du erlebst, was da abgeht, wie Gewalt ausgeübt wird, dann ist das sehr bedrohlich. Das ist ein richtiger Krieg zwischen Kuttenträgern, wo die Polizei nichts zu sagen hat. Wenn du dann registrierst, wie in den Medien dieselben brutalen Leute komplett verharmlost werden, dann ist das schon sehr krass. Wie die illustrierte Stern. Sie widmete den Hells Angels gleich 13 glänzende Seiten. Die wilden Brüder dürfen 2007 posieren, so wie sie sich selbst am liebsten sehen. Als echte, freiheitsliebende Kerle in einer fest zusammengeschweißten Männergesellschaft. Machos mit weichem Kern und Hang zur Familie. Wie aus einem Reklame-Prospekt. Und einzigartig lässt Stern.de Triller philosophieren. Verhältst du dich wie ein Mann? Behandle dich wie ein Mann. Verhältst du dich wie ein Arschloch? Behandle dich wie ein Arschloch. Unterschnitten mit romantisierenden Bildern, musikalisch fröhlich und ermalt. Die Legende von Freiheit und Ehre. Die Bild verklärt die Hells Angels gar zum Ordnungshüter. Erhebt den Rocker-Chef zum Machtfaktor. Macho-Pose inklusive. Und Sat.1 setzt noch einen drauf. Hells Angel Dennis wird zum coolen Serienstar. In einer Tätowierer-Soap. Erst nach einem Zuschauerhinweis und vier ausgestrahlten Folgen stellt der Sender die Kooperation mit ihm ein. Der Ex-Hooligan setzt derzeit in U-Haft. Wenn man sich so etabliert, wie man sich hier etabliert hat, dann geht das nicht, ohne dass man Hilfe von außen bekommt. Es gibt Unterstützer. Und man kann auch sagen, dass eine Beeinflussung von Medien, von Verwaltung, von Politik nicht ausgeschlossen ist. Ein einflussreicher Mann in Hannover, Götz von Frommberg, Anwalt und Notar von Hanebut. Er war mal Präsident von Hannover 96. Man nennt ihn den Geheimrat von Hannover. Gerne lässt er sich auch von Journalisten zu seinen Netzwerken befragen. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass es aus allen Richtungen und aus allen Berufsfacetten, kann man sagen, sind da die Menschen da. Du hast ja schon ein paar genannt. Und das hat sich über Jahre eigentlich verfestigt und wir halten alle ganz gut zusammen. Und so ist es eben gekommen, dass wir auch Prominente dabei haben. Es sind ja nicht nur Prominente, aber auch Prominente dabei, die du eben genannt hast, aber auch viele ganz alte Freunde von mir. Götz von Frommberg legt Wert auf seine Kontakte und knüpft ständig neue. Wie hier bei einer Veranstaltung des ADAC. Seine Kanzlei hat Hanebutz Anwalt in Hannover in Bürogemeinschaft mit einem anderen Großen von der Leine, Bundeskanzler AD Gerhard Schröder. Ein angesehener Gast in von Frommbergs heimeligem Wohnzimmer der Macht, wie die Bunte eindrucksvoll textet. Ein anderer passt wohl nicht so ganz in diese einzigartige Fotogesellschaft. Ja, von Frommberg ist seit 25 Jahren mein Rechtsanwalt. Hat mich immer gut beraten, hat mich auch in vielen Sachen ausgebremst. Dieser Mensch macht das nicht, so und so ist falsch. Mittlerweile ist da eine Freundschaft entstanden. Ich kann ihm also blind vertrauen und bin immer noch froh, wenn ich ihn also im Rat fragen kann, juristisch oder auch freundschaftlich. Und das war mir schon sehr, sehr wichtig. Will sich der Rockerboss nur wichtig machen mit seinem Freund und Ratgeber? Wir fragen nach beim Star-Anwalt. Er ist seit Jahren mein Freund. Viele fragen, wie ist das möglich? Wir haben eine Basis, er hat mich nie enttäuscht. Er hat sich immer korrekt verhalten. Und er ihn bei Strafprozessen korrekt verteidigt. Sein Engagement für Hanebut geht aber noch sehr viel weiter. Vor elf Jahren schrieb Frommberg diesen einzigartigen Brief. Adressat, Hannovers damaliger Oberbürgermeister Schmalstieg. Erkennbar fordert er darin mehr Respekt für Hanebut und seine deutschen Berufskollegen. Ohne Unterstützung für die Kuttenträger würde das Gemeinwohl leiden. Die Frauen und ihre Ehemänner fallen der Sozialhöfe zur Last. Die Wirtschafter erhalten Arbeitslosengeld und fallen somit dem Staat ebenfalls zur Last. Von Frommberg gibt sich im Brief nicht nur als Anwalt und Freund von Hanebut. Ich möchte als verantwortungsvoller Bürger und nicht zuletzt auch als Kenner der Szene mir nicht vorhalten lassen, mich nicht warnend zu Wort gemeldet zu haben. Hat sich Hannover auf Frommbergs Ratschläge eingelassen und Hanebut zum Durchmarsch im Rotlichtmilieu verholfen? Wir fragen Herbert Schmalstieg. Also erfreulicherweise gab es solche Briefe nicht sehr häufig. Denn wenn das sehr häufig der Fall gewesen wäre, dann wäre etwas faul in der Stadt Hannover gewesen. Und da wir doch eine sehr hohe Reputation haben als Stadt und auch diejenigen, die die Verantwortung für die Stadt getragen haben und auch tragen, war das für uns kein Thema. Heute herrschen Ruhe und die Hells Angels im Steintorviertel. Anwalt von Frommberg kann sich an seine Zeilen nicht erinnern. Das Ergebnis aber stimmt für ihn. Das ist gelungen und das ist auch kein Geheimnis. Dazu stehe ich auch mit Hilfe von Herrn Hanebut, der Ideen hatte, der Ideen entwickelt hat und der auch dafür gesorgt hat, dass wir heute einen Bereich haben, der deutlich ruhiger geworden ist als früher. Der Ehrenwerte-Advokat hat selbst im Steintorviertel investiert, gleich neben Hanebut-Sansibar. Er kaufte das Haus und verpachtet es an Angehörige eines neapolitanischen Clans. Dieser Clan führt auch die Geschäfte in Hanebut-Sansibar. Im Jahr 2008 mit rund 300.000 Euro Gewinn. Familiengeschäfte? Diese freundschaftlichen Verhältnisse werden in der Regel dann auch helfen, und die Hände nach sich ziehen. Solange da strafrechtlich nichts Relevantes gegeben ist, ist das auch alles okay. Und von daher nehmen wir es zur Kenntnis, bewerten es laufend. Bloß kein Wort zu viel. Sonst drohen lange Beschwerde, Schreiben des Rechtsanwalts vom Rocker-Chef. Der übrigens sieht sich heute als Unternehmer, der Deutschland noch vornbringt. Hanebut bei der Weihnachtsparty der Hells Angels. Der Chef macht selbst die Unternehmenswerbung. Hier haben wir hier vorne Speletosenshooters und Zigaretten und einen Eiweißshaker. Sweatshirts, alles, was wir brauchen. 81 für alle. Sweatshirts, Pullis, T-Shirts, auch für Kinder. Jedem Kunden muss klar sein. Mit dem Kauf dieser Produkte finanziert er die Hells Angels. Das entscheidet doch allein der Konsument, ob er diese Marke in Anspruch nimmt, also Bier trinkt, Zigaretten raucht oder nicht. Da kann man doch nicht sagen, weil das eine Marke ist, die den Hells Angels nahesteht. 81, 8 heißt H, 1 heißt A, Hells Angels Marke. Dass man die nicht trinken darf, das Bier nicht trinken darf oder die Zigarette nicht rauchen darf. Das entscheidet für mich der Konsument. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, denn auch damit schafft man Arbeitsplätze und sorgt für Gewerbesteuern. Und das sollte man nicht vergessen. Hanebut investiert auch in der Musikbranche, sponsert den Hannoveraner Rapper Memo. Und der widmet ihm dafür dieses bemerkenswerte Lied zwischen Kunst und Kitsch. Memo ist ein Unterstützer der Hells Angels. Weißt du von meinem Leben, was ich sehe, ist keine Sonne, nur Regen, nichts Besonderes gegen das, was ich mein Leben nenne. Wie weit reicht das Netzwerk der Hells Angels? Wir fahren ins Windland, nach Salzwedel. Vor kurzer Zeit sollen sich hier weitere Unterstützer der Hells Angels etabliert haben. Wir hörten, sie kommen aus der rechten Szene. Im Industriegebiet finden wir das Clubhaus der Red Devils. Auch ein Rockerclub, der den Hells Angels verpflichtet ist. Eine der 13 Neugründungen in nur einem Jahr. Und kaum steht unsere Kamera, haben wir Gesellschaft. Der Mann heißt Ludwig, sagt er, und ist Mitglied bei den Devils. Mit der Kamera dürfen wir nicht ins Clubhaus, aber umsehen dürfen wir uns. Auf unsere Fragen nach der politischen Gesinnung der Mitglieder antwortet er nicht. Unterwandern die rechten Hanebuts Hilfstruppen? Sind Neonazis bei seinen Unterstützern, zum Beispiel in Salzwedel? Auch die waren früher in der rechten Szene. Zwei Mann von denen haben sich auch völlig losgesagt. Ich habe mit denen nochmal ein extra Gespräch geführt. Seid doch wirklich davon weg oder sucht ihr auch nur irgendwo eine Truppe, wo ihr euch dann vielleicht ein bisschen vergrößern könnt. Nein, hundertprozentig nicht. Markus Warnecke ist für Hanebut ein wichtiger Mann. Den französischen Polizisten Nivelle hat er bei der Fußball-WM 98 zum Krüppel gemacht. Wurde als Hooligan und Schläger verurteilt. Heute betreut er die Website der Hells Angels und führt für Hanebut ein Bordell. Bei Maxe, das liegt 15 Jahre zurück. Und er musste sich damals lossagen von der rechten Szene. Das hat er auch getan. Wir haben ihn auch überprüft, haben ihn dann Einladungen geschickt zu irgendwelchen rechten Konzerten, die er so überdritten, die er nie angenommen hat. Hat sich völlig davon losgesagt und hat da seine zweite Chance bekommen. Und hat die über uns auch genutzt und das ist alles Geschichte von damals. Geschichte von damals? Für das Opfer nicht. Wie recht sind die Rockerclubs, wollen wir wissen und fahren hierher nach Neumünster. In diesem Wohnviertel haben die Bandidos seit Mai letzten Jahres ihre Rockerburg. Eine Villa als Vereinshaus. Früher ein Bordell, heute Club für zwölf Mitglieder. Von außen gesichert wie vor Nox. Elektronisch gesicherter Zugang. Kameras. Einer hat hier bei den Bandidos Karriere gemacht. Peter Borchert, Ex-NPD-Chef in Schleswig-Holstein. Er wird Bandido und steigt blitzschnell auf. Vizepräsident sei er, teilt er selbst im Internet mit. Es gibt keine Überrepräsentanz von Rechten im Bereich der Outlaw Motorcycle Gangs. Es gibt bekannte Personen aus dem rechten Spektrum, die als Member tätig sind. Gleichwohl dürfte, wenn man einen reinen mengenmäßigen Abgleich macht, die Anzahl derer, die in einem Fußballstadion eher rechts zu eher rechts tendieren, oder in einem Schützenverein nicht höher sein als in einem Outlaw Motorcycle Club. Unter Rockern tummeln sich einzelne Rechtsextreme. Es gibt Schnittmengen. Sie lieben dieselben Macho-Gesten, geben sich gerne als kernige Kerle, nutzen ähnliche Symbole, schotten sich nach außen ab, verachten demokratische Systeme. Wir sind in Flensburg. In der Grenzstadt zu Dänemark haben sich die Hells Angels auch breit gemacht. In der Kneipenszene an der Förde, an der Küste, wie es die Flensburger nennen. Und in den wenigen Häusern, in denen sich Bordelle befinden. Sobald die Hells Angels in der Stadt waren, verschwanden andere Motorradclubs. Eine schnelle, konzertierte Übernahme. Der heutige Bürgermeister war damals Polizeichef. Er erinnert sich. Es hat vor einigen Jahren mal einen großen Motorradkorso in diese Stadt hineingegeben, wo auch öffentlich bemerkt wurde, dass sich im Bereich der Motorradclubs etwas tut. Hier gab es zu der Zeit viele Motorradclubs in Flensburg und Umgebung. Die gibt es alle nicht mehr. Ich denke, dass es, so wie es dann beschrieben wird, das alleinige Merkmal der Hells Angels ist, die sich hier MC nennen dürfen und darauf auch bestehen. Sie haben sie geschluckt oder aufgelöst. Auch das Clubhaus, das Wohnzimmer vom damaligen Flensburger Motorradclub Udins Recken, einfach übernommen. Was maßen sich die Hells Angels an? Warum dieser Alleinanspruch? Würde man zulassen, dass irgendwelche Blender, die nicht wissen, wie das Ganze zu laufen hat, in die Szene einsickern, gefährden sie die. Gar keine Frage, hat man in der Vergangenheit gesehen. Und deswegen passt man auf, dass da also wirklich nur Leute reinkommen, die dazugehören, die dazu passen. Und ansonsten können die machen, was sie wollen. Also wir haben da nichts dagegen. Stellen wir aber fest, dass die also nur Wochenendkomiker sind, dann wollen wir das nicht. Das ist ganz klar. Mit Wochenendkomiker meint der Hells Angel Männer wie ihn, Uwe Stiller, seit 15 Jahren Motorradpastor in Schleswig-Holstein. Ja, es war so, dass wir eine sehr bunte Szene waren. Und dass einfach im Vorfeld auch so, wie gesagt, bestimmte Persönlichkeiten aus Clubs auch gewisse Druckpotenziale aufgebaut haben, die dazu schon führten, dass wir zum Beispiel den Namenszug Flensburg aus unserem Caller herausnehmen mussten. Und das haben wir gemacht, aber haben damit quasi nicht verbunden, dass wir uns generell auflösen. Harmlose Freizeitclubs werden von Hells Angels oder Bandidos unterdrückt. Nach dem Motto, es kann nur einen geben, haben die meisten organisierten Motorradfahrer auf ihre Clubhäuser und ihre Abzeichen verzichtet. Zu viel Stress mit den Hells Angels oder Bandidos. Je nachdem, wer in der entsprechenden Region die Macht hat. Viele haben aufgegeben. Wir wollen eigentlich einfach nur in Ruhe Motorrad fahren. Unsere eigenen Clubzeichen und Kutten so tragen, wie wir es wollen. Und wenn sich dann andere Clubs in unserer Nachbarschaft niederlassen, ist das doch umso besser. Dann können wir uns besuchen und Party machen. Wer aber Gebietsschutz ausruft und durchsetzt, der bezweckt damit doch etwas. Die Erklärung liegt im Menschen selber, der eben seine Macht ausreizt, fördern, stärken will, wie auch immer. Ob ich das gut finde oder nicht, ich werde ja nicht gefragt. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, habt euch lieb. Aber das genügt nicht. Ihr einjähriges Bestehen können die Bandido-Rocker in Neumünster nicht mehr feiern. Elf Monate nach ihrer Gründung werden sie in diesem Frühjahr verboten. Und ihre Symbole auch. Ein zweites Verbot gilt den Hells Angels in Flensburg. Die Polizei beschlagnahmt bei beiden Rocker-Clubs Geschäftsunterlagen, ihre Kutten und 28 Bankkonten. Wie in Hamburg, vor 27 Jahren. Die Hansestadt, in der sich das erste deutsche Charter der Hells Angels gründete, sprach ein Verbot aus. Es besteht noch heute. Der jetzige Pressesprecher der Hells Angels hatte damals eine leitende Funktion bei ihnen. Er war ihr Schatzmeister. Also selbst wenn sie, wenn die sogenannten Experten erzählen wollen, das wird jetzt die Strukturen zerschlagen und das zieht den finanziellen Boden weg und die Kriminalität wird eingedämmt, alles Bullshit. Und das wissen die ganz genau. Das geht nur um Abschöpfung von Vermögen. Ich habe das damals mitgekriegt, die sind bei mir zu Hause mit einem 7,5 Toner vorgefahren. Als sie weg waren, hat meine Frau Hallow gesagt, ich hatte dreifaches Echo. Es wurde einfach behauptet, es gehört alles dem Verein. Denn es ist staatlich sanktionierter Raub. Andere Erinnerungen hat Thomas Hirschspiegel. Er hat als Polizeireporter in Hamburg die Gewalt erlebt. Sie haben in Hamburg ja schon 1973 einen Mord begangen, einen Kirchenhelfer der Apostelkirche in Eimsbüttel erstochen nach einem Streit um Nichtigkeiten. Dann haben sie 80 auf Sylt, auch weil sie in die Kneipe nicht reingekommen sind, einen Disco-Menschen auch getötet. Und das langte natürlich schon, dass sie, als sie hier 82, 83 anfingen, quasi Schutzgeld zu kassieren, genügend Eindruck zu machen. Wer nicht zahlte, der bekam die Toiletten zertrümmer, die Gäste wurden belästigt oder es wurde auch gern mal auf den Tresen erbrochen. Was natürlich dazu führte, dass die Gäste nicht mehr kamen. Gewalt war und ist ihre Haltung. Die Friedensshow vergangene Woche, eine große Inszenierung. Erstmal begrüße ich alle, die hergekommen sind, ganz herzlich. In meiner Kanzlei, hier in Hannover. Darsteller 1, Peter Marschollek, Europavizepräsident der Bandidos. Darsteller 2, Frank Hanebut, der einflussreichste Hells Angel Deutschlands. Beide Parteien haben vereinbart, dass jetzt Angels nicht in den Städten der Bandidos gehen und umgekehrt. Beide Clubs nehmen jeweils keine Member oder Ex-Member von jeweils anderen aus. Punkt 3 ist, beide Parteien vereinbaren, dass innerhalb eines Jahres, ab heute, keine Neugründung von Chartern beider Clubs erfolgt. Punkt 4 ist, ab doch dieses Jahres werden Neugründungen nur nach Absprache beider Clubs durchgeführt. Was hier holprig vorgetragen wurde, ist ungeheuerlich. Die Rocker haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Besitzstand wird gewahrt. Expansionen gibt es nur im gegenseitigen Einvernehmen. Der Friedensparte, Notar Götz von Frommberg. Kaum ist der sogenannte Friedensvertrag unterzeichnet, kommt vom Bandido-Vizeboss die 1. Prophezeiung. Was bedeutet der sogenannte Frieden? Wir fahren nach Dänemark. Vor 14 Jahren wurde auch hier Frieden geschlossen. Nach einem jahrelangen Rockerkrieg mit zig Toten und noch mehr Verletzten. In Dänemark bekämpften sich Hells Angels und Bandidos mit Sprengstoff und schweren Waffen. In aller Öffentlichkeit. Mit Panzerfäusten beschossen sie sich gegenseitig. Woher die Kriegswaffen stammten, sagten sie nicht. Sie schlossen öffentlich Frieden. Besiegelten den Pakt mit einer demonstrativen, medienwirksamen gemeinsamen Ausfahrt. Hells Angels und Bandidos von nun an neben und nicht mehr gegeneinander? Das wollen wir wissen und treffen Kim Kliwa von der dänischen Nationalpolizei. Er ist in Dänemark der Experte für Rockergangs. Na gut, seitdem die Outlaw-Motorgangs ihren Frieden geschlossen haben in den späten 90er Jahren, haben sie Dänemark unter sich aufgeteilt und wir sehen, dass da keine Freundschaft ist, sondern nur Akzeptanz. Ein Problem gelöst. Doch seit zwei Jahren gibt's ein anderes. Aus Angst vor Machtverlust sammeln die Hells Angels neue Truppen. Innerhalb von drei Monaten hatten die es tatsächlich geschafft, 100 Personen zu rekrutieren. Viele von denen haben eine kriminelle Vita. Bevor sie also von den Hells Angels rekrutiert wurden, um die neue Organisation AK-81 zu gründen, das heißt so viel wie allzeit bereit, wussten die Rocker, die Typen haben kriminelle Energie. Wir beobachten, dass diese Fußsoldaten benötigt werden, um den Drogenmarkt, die Prostitution und Schutzgelderpressung erfolgreich umzusetzen. Die sind sehr, sehr wichtig für die Hells Angels und kämpfen als Fußvolk. Haben die sich im Kampf bewährt, dann versprechen die Rocker Aufstiegsmöglichkeiten in ihrer Organisation. Im letzten Jahr wurde ein Verbot der Rockergruppen im dänischen Parlament diskutiert und fand keine Mehrheit. Ist das eine Siegeszigarre, die sich von Frommberg nach Schluss des Spektakels anzündet? Er soll der Architekt des eigentümlichen Vertrages sein. Als Berater von Hanebut wird er ihn dazu gedrängt haben, denn Clubverbote und Gewalt beeinträchtigen die Macht und stören die Geschäfte. Und davon versteht der umtriebige Berater etwas. Bleibt die Frage, ob die Politik die Signale vom vermeintlichen Friedensschluss der Rocker verstanden hat. Ich finde es immer schön, wenn Leute, die sich gestritten haben, wieder vertragen. Deswegen finde ich das eine tolle Sache. Aber mal ganz im Ernst, unter polizeilichen Gesichtspunkten interessiert mich das ziemlich wenig. Weil es geht ja nicht um die Frage, ob die sich gegenseitig mögen oder nicht mögen, sondern es geht darum, ob von bestimmten Rockergruppen organisierte Kriminalität ausgeht. Und da können die sich vertragen, wie sie wollen. Sicherheitsbehörden müssen hinschauen, ist Ende mit der Kriminalität, dann ist gut. Wenn es weiter damit geht, wenn wir weiter organisierte Kriminalität beobachten, dann hilft uns auch ein entsprechendes Vertragen zwischen den Rockern nicht weiter. Für die Ermittler bleibt es schwer, die Rockergangs zu packen. Auch weil ihre Gewalt- und Wirtschaftsdelikte selten von einer Sonderkommission verfolgt werden. Die Kuschelrocker-Show hätten sich Hells Angels und Bandidos auch sparen können. Es würde reichen, wenn die etwa 3000 Mitglieder von Rockerclubs in Deutschland nur eines tun würden. Das Gewaltmonopol des Staates akzeptieren.